Großen Respekt und Dank. Die Bayern sind stolz auf ihre Olympioniken und über die erfolgreichen Athleten bei den Paralympics. Über die eigene Grenze hinausgehen und bei den Paralympischen Spielen ist es sogar noch über ein eigenes Schicksal hinauswachsen. Vorbild sein, Motivation zu setzen, aber für viele junge Menschen Idol zu sein, das ist das Besondere der Bayern. Darum wollen wir das auch auszeichnen. Wir wollen aber dabei nicht stehen bleiben. Wir wollen den Sport zur neuer Geltung verhelfen. Wir wollen uns Olympia 2040 bewerben. Wir werden dazu die Medaillengewinne besser unterstützen, die Trainer besser unterstützen und vor allem in der Schule den Breitensport auf ein neues Niveau heben wollen, weil es einfach wichtig ist. Sport ist für alle gut und gesund und kann auch zu toller Leistung führen. Also es bedeutet mir unglaublich viel, dass auch von der Politik in diese Wertschätzung kommt für die Leistungen, die man erbracht hat. Und das ist einfach ein großartiges Gefühl hier zu sein und ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass sich ja unsere Politik hier so einsetzt dafür. Ja, es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. War sehr spannend, diese Menschen jetzt halt auch mal persönlich kennenzulernen und da das kurze Gespräch zu haben. Also es war heute auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich bin sehr dankbar, dass ich da heute dabei sein konnte.